Hi, ich bin's, Veronika. Heute mache ich etwas, was ich schon sehr, sehr lange machen wollte. Ich habe es immer so ein bisschen vor mir hergeschoben und wollte mich nie dazu durchringen. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich es. Und zwar die Leute, die bei mir schon im Adventskalender drin waren, die haben dieses kleine Video schon gesehen. Im Dezember hatte ich nämlich für die, die es noch nicht kennen, einen kleinen Adventskalender vorbereitet, wo man jeden Tag eine neue Überraschung bekommen hatte. Und in diesem Adventskalender war auch dieses schöne Video drin. Die einen oder anderen, die mich schon länger verfolgen oder ein bisschen gut aufpassen, wissen wahrscheinlich schon, dass ich aus dem Tanzbereich komme. Also ich tanze sehr, sehr gerne, habe sehr viele Auftritte gemacht, auf der Bühne sehr viel gestanden und es ist eine große Leidenschaft. Bisher habe ich noch kein Tanzvideo veröffentlicht und ich habe noch eins, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich diese Choreografie sehr schön finde, dieses Lied sehr schön finde und ich habe es irgendwie immer vor mir hergeschoben. Und jetzt kommt es. Tada! Ich möchte gleich jetzt hier dir mein Tanzvideo zeigen. Und erst mal bitte nicht erschrecken, das ist schon ein kleines bisschen älter. Da habe ich noch ein bisschen mehr auf den Backen, also ein bisschen mehr Körperfett als jetzt. Deswegen siehst du auch mal ein bisschen Transformation quasi von mir. Da habe ich zwar schon so angefangen, so ein bisschen abzunehmen bzw. Körperfett zu verlieren, aber da war ich noch nicht angekommen. Deswegen zeige ich dir jetzt mein Lieblingstanzvideo und ich hoffe, dir gefällt es. Und bitte, bitte, bitte schreibe mir in die Kommentare erstens, wie es dir gefällt und zweitens, ob du mehr davon sehen möchtest hier demnächst mal von mir. Dann schaue ich nämlich mal, dass ich da mehr von mache und wieder neue produziere. Deswegen, okay, genug der Rede. Jetzt kommt das Tanzvideo mit sehr, sehr viel Herz und bitte, bitte kommentiere, wie dir das gefällt. Ich freue mich auf dein Feedback. Viel Spaß! Yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? Now we're finally finding our voices. So take a chance, come help me sing this. Yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? And now we're finally finding our voices. Just take a chance, come help me sing this. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. Und wie fandst du es? Hat es dir gefallen? Also hier nochmal die Erinnerung in die Kommentare schreiben, wie es dir gefallen hat und vor allen Dingen, ob du mehr davon sehen möchtest. Denn nur dann kann ich reagieren und neue Videos zum Tanzthema machen. Du kannst natürlich auch mal schreiben, wenn du mal Einzelheiten vom Tanzen haben möchtest oder auch Schritte erklärt haben möchtest. Da kannst wirklich zum Tanzen jetzt alles hier unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Und vor allen Dingen, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere meinen Kanal. Hier unter dem Video verlinke ich mein Abo auf jeden Fall des Kanals. Dann wirst du auch immer informiert, wenn neue Tanzvideos rauskommen oder neue Workouts. Das ist ein Workout-Channel hier auch unter anderem oder neue Ernährungsinfos oder Rezepte. Okay, ich freue mich auf dein Feedback und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Ciao! Ciao! Ciao!